Wollfuß und Frankfurt werden das ganze E-gebot für Südheim kommentieren, wir zeigen Ihnen eine Partie aus dem... Achso, ja, wollte ich gerade sagen, Alter, jetzt ist es mit Regeln, ne? Nee. Da ist so ein... Da ist so ein... Da ist so ein... Da ist auch hier so ein... Guck mal, da oben links. Das Klang ist schwierig. Oh, keine Regeln. Scheiße, ich wollte schon sagen. Weil wir hier unseren Tor... Alter, sag mal, ich kann nichts sehen, wenn da diese Scheiße eingeblendet ist von mir. Ja, das ist ein Scherp, der wird in einer Minute beendet. So schnell, wie es auf deine Seite ging, gehst du auch wieder zurück. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, Alter, Junge, du saugst mir doch mal hier. Meine Tochter wünsche ich einen Hund. Einfach zu perfekt. Und wenn ihr früher... Und die Schüler sagt, nein, nein, du kommenänner nicht. Und heute spielen sie meine Lieder daaaa. Ah, in der Indian Bar... Sag mal, Alter, was war das denn für eine Huren, so ein Pastier? Wenn ich seine Mutter finde, vergewaltig sie. Ah, da krieg ich richtig schlechte Laune über so einen Dreckspesten, Digga. Jetzt hau ihn weg hier. Wenn du weißt, was wer entmeint. Du weißt, was Taletsky von ihr will. Ja, das ist halt die Wahrheit, der bei Ihnen. Ja, da kommt ein Ton nur auf Anhie vorbei. Digga, der denkt, auch wir sind, als dass wir hier seine Skalara auch gefangen haben in, keine Ahnung, Kolumbien, Alter. Der denkt, wir sind auch hier die Profis von Berg oder was? Oh, das war übers Tor. Ja, es ist nicht gedacht, dass ich nur so kurze Pässe spiele, aber doch, da tue ich auch. Oh, da jetzt wird es langsam Scheiße, ne? Scheiße! Was? Oh, fuck! Hast du auf Taletskis geil gekriegt, ne? Oh, Digga! Der hat ja auch nicht genügend. Der hat schon nicht groß, der hat ja nur geschossen. Aber wir sehen wieder einmal, ey, ein hechter Klassik. Ah, schade, Alter. Und da so ein bisschen dein Handweg drin hast, ne? Dann kriegst du die hin, immer an die Selke. dieser Playlist printest du die perfekte Mission. Theletsky. 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 Ah, jetzt mach mal! Ich weiß, der hinter dem Fies da halt. Da laufen auch über... ja, das war Sachen falsch. Weiß nicht, für die Flanke. Batsch! Pff! Ja, Digga, jetzt, 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 jetzt! Zieh, 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 zieh! Oh, Digga, du, 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 Nigger-Kopf, Alter! Scheiße, Alter, krieg ich richtig... Da krieg ich richtig schlecht die Laune. Alter, sag mal, was was mit dat denn, Alter? Was war das für ne... Super Trick, damit geht er vorbei! Sieht nicht ungefährlich aus, jetzt vielleicht der Konter. Schau mal, Töne Trie. Aber, was war mein Goalie denn, Alter? So, meine weg! Spiel vorbei! Das, das war Bert mit seinen neuen Schuhen, Alter. Er ist in Fußballschuhe. Quatsch! Scheiße! Oh! Dann krieg ich dann dauernd weg, Digga. Da hab ich wieder von Juki-Guck und so, ne? Ja, das ist hier auch, Alter, ich lauf, ich lauf und ich schieße. aber ich versuche richtig ein passspiel aufzubauen und das funktioniert nicht hier aber man sagt ja immer hochmut nach dem fall das war schon legendär oh warte warte alter der ist verletzt den Fotze das geht nicht der ist scheiß Neger der macht die Verletzung auf höchsten Rate das kann ich dir richtig vom Herzen alter Teletzky wenn er das sieht alter dass du nicht mehr arbeitest quatsch quatsch weiii Alter ich glaub der Typ ist hoch jetzt grad ne auch nicht drauf ne der kann weitermachen guck der hat die dickeste Schießmuskelzehrung alter so wie Bernd deswegen ist er doch immer warm omologen alter ich denke ich einfach ne aufspülung jeden Monat aber sehr professionell alter mit nem finger einmal richtig oh scheiße alter hast dich übernommen mit oh scheiße netzende Zähne Eiji da ist ich glaubte hallo Jungs lauf doch mal hier oder hau ich weg so oder so geht das wofür gibt es ja nicht Schiedsrichter wenn sich regnen oh der musste den Fallrückzieher reinballern ne ja gut alter freu dich jetzt einmal den Bein gauern ja was denn das für dich alter immer wieder schöner Ding wie jetzt sagt schöne Brust zacks Bob zart Bart Bob rein wir sind außersicht pfff oh mein ey zeig immer wie das geht aus einer anderen Perspektive so da enden wir also das 1 zu 0 mal sehen bis wir weitergehen da mal der spinnst du da was denn jetzt geht wer 1 weil er ärgert mich hier schon wieder dann fragt man am preis nach ja frag mal kurz in der kasse ich rufe kurz an die an da die kasse nach die nummer 357 315 einmal in der kasse nachschauen ja dann geht 97 hier war die ruf während an während wie teuer ist auch mal der Skala hier 5 5 Euro ja danke dir Behrend ja also der Skala kostet 5 Euro der so läuft jedes Kundengespräch ab da haben sie jetzt Platz oh alter das war schon ekelhaft ne das war nazihaft alter der hättest du mich hinter das Führerbunker reinkommen können an der dafür das war eine vergewaltigung er passt auf und holt sich immer in den ooooh 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 also was das denn jetzt hier picked up xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ufff! Boah! Alter, da muss ich ja selber mal sagen. Da hat er sich schon mal übernommen, ey. Der Winnie. Der Winnie, 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 Winnie. Da muss doch nicht wein jetzt, Alter. Ich weiß nicht, Alter. Alter, das ist ein Ding gewesen, ne? Patsch! Natürlich, Alter. Das war bei dem Torwart, der hat sich nicht so konzentriert, Alter. Tja, und dein Torwart hat gerade noch eine Flasche Bier reingehauen. Ach, Alter. Hinterm Pfosten steht so, Alter, ich sieh's. Mach' dir gut! Hab' ich mal. Alter, der kranker Spieler, der will's aber auch noch wissen, ne? Kann ich euch zeigen. Nigger, 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 nigger! Jetzt können wir den Ball reinbringen! Alter, das war nicht so geplant, hier. Weiß ich. Jetzt muss es schnell gehen, da kann nur noch der Torwart vor sich! Boah! Ja, da kennst du doch! Batsch! Zwei Herrenspalten auf! Weiß ich eh! Ja, jetzt gibt's Eckball! Gute Möglichkeit also! Ja, er macht gar nichts mehr! Scheiße, Alter, sag mal, warum steht denn da keine Hohlbände von uns? Ich will Angriff machen und da ist nix! So, Patsch! 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 2C! Ich seh, ich seh die Tante of John! Musik Oh! Klasse zu spielen Kalt, vor allem, doch! Kalt, vor allem, doch! Ey, geht ihr vollees Risiko mit seinem Einsatz! Kalt! Boah! Uh, hält, ciao, nein, helt noch! Ey, kommt denn in 16ern, da können Sie erstmal klären! Wow! Spü opp! leider Wetter Corona grad Ja, oh, Leute, ich dachte ich hätte die ne, hau ich jetzt tot, leider jetzt sagt dir einer, das war sein letztes Spiel Das war jetzt ganz, aber es ist gut gegangen Das war ein Länger du sagt dir richtig, alter, der nur im Bimbo spielt Ich hab einen Schwarzmann im Team, die ganz schön Das, das will ich sehen, Alter, zeig mir die Spielerpässe mal, die alle Der läuft, der war noch mal überbrücken Ich hau dich, dich tot um deine Spieler, ne? Du verstehst es nicht, ich mach momentan noch ganz gezielt hier Ich hau sie tot, wenn es sein muss Siehst du, ich hau sie tot, Alter, ich hau sie tot Boah, ich hab Zeug, warst du? Ja, siehst du, Alter, jetzt kommen sie erst raus aus den Ecken Wie im Krieg, Alter, da kommen sie auch erst aus dem Tummel raus Oh, bitte Ja, Alter, da hab ich den Schuss wohl verpackt, die alle von mir Scheiße, Alter Vielleicht könnte das jetzt gefährlich werden Ich faceee Bärnyi Legger, 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 Legger Jetzt geht's den Ohpff� tippt Stop, die Aktion war mir zu gefährlich, hier Hol der Hol der, Alter Behrend, du fährst mir zu schnell Oh Mann, das waren drei Ecken, wir haben eine Panne! Scheiße, Janina, was war denn? Oh, das waren drei Ecken, wir haben die Überraschung gesessen. Ich hab' gerade eine Ecken, ich hab' gerade zu essen. Ich hab' einfach zu trinken, Janina. Ich hab' schon dann gerne gemacht und ein Bier holen. Oh Mann, ey, hol mal aus'n Laden, nen E-Starter. Ich wollte nur Snatchel machen. Bernd, Scheiße, ruft den ADAC. Wir sind fest. Ich hab' schon, dass wir verdammt werden. Oh Scheiße, Alter. Ich hab' hier das Ding reingeballert. Mit meiner Top-Frisur, Alter, läuft ja super. Da sieht man auch noch viel. So, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Panzerwurz, alle, zu mir, geht's. Tadecki! Boah, in Akka und Tonhof, wir sind nicht mehr so mobil. Wir müssen einmal abholt werden hier. Ja, der Pferdearsch war das. Ja, wie bitte, ich hab' der Pferdearsch. Und meiner Frau, der ist zu groß. Der klemmt hier den Sitz ein. Da ist am Rundruggenart geklappt, du Mensch. Ich hab' die Fexer abgeboden. Hier ist Ding aus und will uns auf den Felgen, Alter. Greifen Sie den Geplatz, Scheiße. Helfen Sie uns mal, hier bitte. Meine Frau, die hat Probleme. Die kriegt grad Fischgebären. Die hat mit der Röhrenform gefickt. Die macht ja immer ganz komische Sachen abends im Laden. Boah! Boah, geil. Digga, das ist Bandspiel. Corona! Das ist Bandspiel, Digga. Der Ländler hat so ein Bandspiel in 2.5 gemacht. Oh, hier hol sie mal meine Frau raus. Sie hat schon Modo im Arsch. Der Modo ist ganz warm geworden und hat's Päcken gemacht. Da war die Zündkerze kaputt. Scheiße! Ich hoffe, sie können mir doch helfen. Die haben kein bisschen im Arsch drin, Alter. Scheiße! Ich habe auch schon meine Mitarbeiter gerufen, die schieben mich sonst. Weil ich ja so fett bin. Aber die sind gerade mal Fische verdammt. Die sind gerade... Die sind gerade... Die sind gerade... Die... Die packen noch das Pflanzenbecken schnell auch hin. Die müssen Lehmfutter packen. Was? Wir machen nur 5 Sekunden da auf. Scheiße, die müssen noch mal den Teller durchsaugen und sowas. Weißt du, Nadine? Nadine? Geh jetzt mal frischt. Nadine? Hol die lebende Flöre. Da war jetzt mal... Habt ihr die Fische gefüttert? Die Anlage durchgeschärmt? Nadine? Nadine? Geh mal ein paar Membrüchen holen. Hahahaha. 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 Du, den Warten. Den hab ich so dosig gemacht. Und hungrig, Alter. Jetzt schnell geht. Damit gefährlich. Oh, Digga. Bernd ist auch so geil, wie er immer frisst, Digga. Schönen Nutella. Mit Butter. Der ist so ein Unmensch. Der ist so ein Unmensch. Das ist kein Mensch mehr. Das ist so ein Unmensch, Tag. Ja. Ohhhhh. Hallo, Digga. Ja, ja. Gelächter. Wissen Sie Opinion.